Mit Salven aus Raketen, Marschflugkörpern und Kampfdrohnen wird die Ukraine, aber vor allem ihre Städte und die Infrastruktur massiv attackiert. Als Reaktion lieferte Deutschland zur Unterstützung Luftverteidigung, die so hochmodern ist, dass nicht einmal die Bundeswehr sie besitzt. Ich bin Oberleutnant Lara Weiland und frage heute gezielt nach, was bodengebundene Luftverteidigung eigentlich ist und welche Waffensysteme dazu benötigt werden. Zu Gast ist heute hier Oberstleutnant Miladin Dujovic aus dem Kommando Luftwaffe. Herzlich willkommen, Herr Oberstleutnant. Schönen guten Tag, Frau Oberleutnant Weiland. Ich freue mich, hier zu sein. Das eben angesprochene hochmoderne System Iris-T hat sich ja in der Ukraine bisher sehr gut bewährt. Warum ist denn Iris-T überhaupt so wichtig? Mit der Entscheidung des Bundeskanzlers, bereits im Mai diesen Jahres Iris-T SLM an die Ukraine zu liefern, trägt Deutschland zur Wahrung der staatlichen Integrität der Ukraine bei. Bereits in den ersten Tagen des Einsatzes des Systems Iris-T SLM konnte das System Marschflugkörper als auch Drohnen abwehren. Damit leistet Iris-T SLM einen Beitrag insbesondere zum Schutz der ukrainischen Bevölkerung, aber auch der kritischen Infrastruktur, wie zum Beispiel der Energie- und Wasserversorgung, sowie zur Verteidigungsfähigkeit der ukrainischen Streitkräfte. In seiner Gesamtheit, also was die Direktion von Zielen angeht, als auch insbesondere deren Bekämpfung, ist das System Iris-T SLM leistungsfähig und entspricht modernsten Standards. Wofür steht denn eigentlich die Abkürzung SLM? Die Abkürzung SLM steht für Surface Launched Medium. Hier an diesem Startgerät einmal erkennbar, in Abgrenzung zum SLS, dem Surface Launched Standard Lenkflugkörper. Und was kann das System eigentlich so? Das Iris-T SLM System ist ein hochkomplexes, modulares System, welches sich gerne im Detail erläutern möchte. Zunächst einmal verfügt das System über ein sogenanntes Mittelbereichsradar. Hierbei handelt es sich um ein drehendes 360-Grad-Radargerät, welches in der Lage ist, über viele hundert Kilometer Entfernung Flugziele aufzuklären und durchgängig zu verfolgen. Dann das Startgerät Iris-T SLM mit den Lenkflugkörpern Iris-T SLM, hier an einem Startgerät insgesamt acht an der Zahl. Der Lenkflugkörper Iris-T SLM verfügt im Kern über einen Raketenmotor mit Steuerelementen, sowie einem Suchkopf. Vereinfacht gesprochen handelt es sich hierbei um eine Kamera, verbunden mit einem Computer, welche den Lenkflugkörper in ein Ziel, zum Beispiel eine Drohne lenkt. Der Lenkflugkörper Iris-T SLM fliegt über 40 Kilometer weit und kann damit große Räume wie Städte schützen. Des Weiteren die sogenannte Befehlszentrale, der Gefechtsstand. In dem Gefechtsstand kommen die Informationen vom Radargerät an, werden dort den Bediener auf Bildschirmen zur Anzeige gebracht. Dort können die Flugziele nachverfolgt werden und auch die Bekämpfung ausgelöst werden. Die einzelnen Komponenten, die Sie eben angesprochen haben und die man auch hier sieht, das hört sich alles sehr ähnlich zum Patriot an. Können Sie da irgendwie mal vergleichen, Iris-T und Patriot? Ja, im Wesentlichen der Unterschied zwischen Iris-T SLM und Patriot ist die Abwehr von weitreichenden Flugkörpern durch das Waffensystem Patriot sowie Leistungsfähigkeit des Waffensystems Patriot im Bereich mittlere und große Reichweite, also deutlich über 50 Kilometer zu wirken, während das Waffensystem Iris-T SLM primär im Bereich der mittleren Reichweite wirkt und eben vorrangig Flugzeuge und große Drohnen bekämpfen kann. Das heißt, Iris-T kann man auch gegen Drohnen einsetzen oder wird Iris-T tatsächlich nur genutzt, um strategische Hochwertziele zu schützen? Ja, im Rahmen des Schutzes von strategischen Hochwertzielen kann Iris-T auch Drohnen größerer Klasse abwehren. Insbesondere schauen wir da im Bereich der Drohnen jenseits der 100 Kilo. Kommen wir zu einem anderen Waffensystem, dem Gepard, wie man hier auch auf dem Bild sehen kann. Wogegen wird dieses Waffensystem in der Ukraine benutzt? Der Gepard wird grundsätzlich zum begleitenden Flugabwehrschutz von Bodentruppen eingesetzt, kann aber auch in Ergänzung zum Raumschutz als auch Objektschutz von beispielsweise Hochwertzielen eingesetzt werden. Primär wirkt der Gepard gegen Flugziele, wie zum Beispiel Hubschrauber und Drohnen. Der Gepard verfügt mit zwei großkalibrigen Kanonen 35 Millimeter über eine sehr hohe Feuerkraft und hat eine präzise Waffenanlage. Damit können auch Erdziele bekämpft werden, wie zum Beispiel Panzer. Hier sehen wir das Waffensystem Skyranger. Das ist ein mobiles Flugabwehrsystem. Wäre das nicht auch eine Option? Der Skyranger verfügt ebenfalls über eine leistungsfähige Kanone und darüber hinaus über hochmodernste Technologie zur Zielbekämpfung wie auch Zielverfolgung hier vor allen Dingen kleinster Flugziele, sogenannter Small Unmanned Aerial System, kurz SUAS oder auch auf Deutsch Kleinst Drohnen. Die Industrie arbeitet derzeit an der Fertigstellung des Skyrangers. Damit könnte der Skyranger integriert mit anderen Luftverteidigungssystemen zusammen ebenfalls eine Option darstellen. Eine Frage, die uns immer wieder aus der Community erreicht, ist auch, ob Deutschland überhaupt in der Lage ist, mit ihren bisherigen Flugabwehrsystemen Deutschland zu schützen. Und damit zielt das ja auch ein bisschen in die Richtung, wie viele Patriotsysteme haben wir eigentlich? Bereits seit 1960 ist die Flugabwehr in Deutschland Teil der integrierten NATO-Luftverteidigung und operiert damit durchgängig und ausschließlich in einem Verbund. Darüber hinaus gibt es neben der bodengebundenen Luftverteidigung Frühwarn-, Führungs- und luftgestützte Systeme ebenfalls zur Luftverteidigung. Rückgrat Deutschlands der bodengebotenen Luftverteidigung ist das Waffensystem Patriot, eines der modernsten westlichen Waffensysteme in seiner Klasse. Gemeinsam mit unseren Bündnispartnern sind wir hier sehr gut aufgestellt. Jedoch ist es so, dass es nicht ein System alleine gibt, mit dem die gesamte Bedrohung abgewehrt werden kann. Und da wir uns die letzten zwei Jahrzehnte im Bereich der Bundeswehr insbesondere stark auf Krisenbewältigung und Konfliktverhütung konzentriert haben, besteht hier noch Nachholbedarf, was Landes- und Bündnisverteidigung angeht. Dies gilt auch für den Schutz von Angriffen aus der Luft. Mit der Entwicklung in den vergangenen Jahren kann jetzt mit der Bereitstellung der entsprechenden Haushaltsmittel im Sondervermögen die erforderlichen Maßnahmen priorisiert und zeitnah umgesetzt werden. Also entnehme ich zusammenfassend Ihre Aussage, dass es zwar Pläne gibt, um Deutschland zu schützen, aber aktuell ist die Bundeswehr nicht in der Lage, das zu leisten. Die Bundeswehr verfügt über ausreichend Flugabwehrschutz in den jeweiligen Abfangschichten und setzt diese gemeinsam mit den Bündnispartnern im Rahmen der NATO integrierten Luftverteidigung ein. Das Patriot-System ist ja nicht mehr das jüngste System, sage ich mal vorsichtig. Ist da irgendwie ein Nachfolger in Planung? Patriot ist und bleibt das Rückgrat der bodengebundenen Luftverteidigung in Deutschland. Das in Deutschland genutzte System befindet sich auf dem modernsten Stand und wird die nächsten Jahre konsequent weiter modernisiert. In einem nächsten Schritt wird betrachtet, wie derzeit in Entwicklung bestehende Fähigkeiten, beispielsweise ein 360-Grad-Radargerät oder aber auch neue Lenkflugkörper zur Abwehr zukünftiger Bedrohung im System integriert werden können. Das heißt, Ihres Tee ist eigentlich gar nicht als Nachfolger zu sehen, sondern es besteht weiterhin neben dem Patriot-System. Das System Ihres TSLM ergänzt komplementär das Waffensystem Patriot. Neben dem Patriot gibt es ja noch Mantis, Ocelot und auch Stinger. Was können denn diese einzelnen Systeme und gegen welche Angriffe kann man sie einsetzen? Wie bereits angesprochen, es gibt keine One-Size-Fits-All-Lösung in der Flugabwehr. Wesentlich zum Verständnis sind die sogenannten Abfangschichten. Dabei sind das Entfernungs- und Höhenbänder, in denen die jeweiligen Systeme wirken. Hierbei entscheidend ist, dass in den Abfangschichten wir jeweils überlappende Bereiche haben, die sich komplementär ergänzen. Zusammengefasst, einen umfassenden Flugabwehrschutz habe ich dann, wenn ich in allen Abfangschichten jeweils ein System habe. Kommen wir auf die einzelnen Systeme zu sprechen. Im Bereich der kurzen Reichweite, also hier bis 15 Kilometer, haben wir das leichte Flugabwehrwaffensystem mit dem Waffenträger Ocelot und dem Lenkflugkörper Stinger. Primär eingesetzt zum Schutz von beweglich geführten Landoperationen. Der Ocelot wirkt dabei auf kurze Distanz. Ebenfalls im Bereich der kurzen Reichweite das Waffensystem Mantis zum Schutz von Feldlagern vorrangig, aber nicht ausschließlich gegen anfliegende Raketen, Artillerie und Mörsergeschosse. Im Bereich der mittleren und großen Reichweite das Waffensystem Patriot, welches mit seinem Lenkflugkörpermix sowohl Flugzeuge als auch Flugkörper mit einer Reichweite von bis zu 1000 Kilometern abwerten kann. Okay, also zusammenfassend bodengebundene Luftverteidigung besteht aus diesen verschiedenen Schichtsystemen und eben alle Systeme werden miteinander kombiniert als auch integriert. Genau. Kommen wir mal zum Thema Heeresflugabwehr. Vielleicht etwas, ja, ein schwieriges Thema, aber wird es da ein Revival geben? Ja, seit aus der Dienststellung des GEPART im Jahr 2012 erfolgt die Flugabwehr aus einer Hand durch die Luftwaffe. Dies umfasst auch insbesondere den Schutz von beweglich geführten Landoperationen, also den Schutz der Landstreitkräfte. Dieser Auftrag wird durchgeführt mit dem Waffensystem Leflasis, hier dem Fähigkeitsträger Ocelot. Der Ocelot ist am Ende seiner Nutzungsdauer angekommen und erfüllt auch hinsichtlich der Quantität der Systeme nicht mehr die aktuellen Anforderungen. Fernab der Überlegung von einer Verortung der Fähigkeit von Flugabwehrkräften im Heer sind jedoch zwei Aspekte vorrangig entscheidend. Erstens, die Beschaffung von neuem System. Mit dem Projekt Luftverteidigungssystem Nah- und Nächstbereichschutz, kurz LVS-NNBS, ist genau dieses vorgesehen und befindet sich in der Beschaffung. Zweitens, die Schaffung nachhaltiger Strukturen. Wesentlich bei der Flugabwehr ist die multinationale und nationale Vernetzung und vor allen Dingen die NATO-Integration, welche absolut entscheidend ist. Aus persönlicher Erfahrung kann ich Ihnen sagen, dass in dem Thema Flugabwehr Heer- und Luftwaffe Hand in Hand arbeiten. Sie haben eben Nah- und Nächstbereichschutz genannt. Können Sie einmal unseren nicht-militärischen Zuschauern erklären, was diese Begriffe bedeuten? Ja, wir haben hier eine Abgrenzung im Bereich 0 bis 15 Kilometer und 0 bis 6 Kilometer Höhe. Das ist der Bereich, der den Nah- und Nächstbereich umfasst. Der Nächstbereich referenziert hier insbesondere auf 0 bis 5 Kilometer Reichweite und einer etwas reduzierten Höhe. Es gibt Pläne für eine europäische Flugabwehr unter deutscher Initiative mit dem Namen European Sky Shield. Was genau ist das? Der Krieg in der Ukraine hat gezeigt, wie wichtig Flugabwehr zum Schutz eines Landes ist. Mit der European Sky Shield Initiative, kurz ESSI, wollen sich die europäischen NATO-Staaten besser gegen Bedrohung, wie zum Beispiel Geschosse, Flugkörper und Flugzeuge wappnen. Ziel der Initiative ist es, den europäischen Pfeiler der bodengebundenen Luftverteidigung der NATO zu stärken. Viele europäische NATO-Staaten verfügen bereits über Luftverteidigungssysteme. Quantitativ und qualitativ gibt es aber hier Verbesserungspotenzial. Vor diesem Hintergrund sollen vorhandene Systeme modernisiert werden, dabei durchgängig die größtmögliche Interoperabilität angestrebt werden und zugleich auch nachhaltige Strukturen geschaffen werden. In diesem Kontext ist die durch den Bundeskanzler und die Bundesministerin der Verteidigung angekündigte European Sky Shield Initiative zu verstehen. Wir kommen zur letzten Frage, Herr Oberstleutnant. Welche Abwehrsysteme werden denn noch künftig wichtig für die Bundeswehr? Man hört immer wieder den Begriff Aero 3, Aero 3. Wäre das was? Eine Fähigkeitslücke beim umfassenden Schutz Deutschlands besteht bei der Abwehr von weitreichenden Flugkörpern. Hier ist meiner Meinung nach Eile geboten, da einzelne Akteure, unter anderem Russland, eben über genau diese Waffen verfügen. Deutschland muss hier schneller als geplant eine Fähigkeit sicherstellen, die weitreichende Flugkörper abwehren kann. Verschiedene Optionen werden dazu betrachtet. Das israelische Aeroflugabwehrsystem mit dem Lenkflugkörper Aero 3 ist hierbei eine Option, die betrachtet wird. Hierbei handelt es sich um ein marktverfügbares System, welches Flugziele weit oben im Weltraum bekämpft und welches nach ersten Erkenntnissen ein leistungsfähiges Waffensystem darstellt. Obwohl ich Luftwaffensoldatin bin, muss ich gestehen, ich habe noch einiges an Ihren Ausführungen, an Einsichten gewonnen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Oberstleutnant. Vielen Dank, Frau Oberlerin Walland. Für weitere Informationen zum Thema schaut einfach mal auf bundeswehr.de und auch auf bmvg vorbei. Viel Erfolg bei dem Vermehren der gewonnenen Einsichten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.